Hallo ihr Lieben, ich habe gerade ein tolles Interview führen dürfen, bzw. ich bin interviewt worden von der lieben Annegret für den Online-Kongress von Innenstark, der ab 8. Juli läuft. Und zwar durfte ich über mein beliebtes Thema, das Familiensystem sprechen, den eigenen Platz im Leben einnehmen. Und ja, es ist einfach immer wieder gigantisch, was das für eine Auswirkung im Leben hat, einfach stark von innen. Alles ist in uns und wir dürfen uns auf unseren eigenen Platz einfach ausbreiten, ausdehnen, unsere Talente und Potenziale da in die Welt hinaus entfalten. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, meldet euch an, es ist kostenlos für euch, könnt mit dabei sein. Es sind ganz viele tolle andere Speaker noch mit dabei, interessante Themen, interessante Menschen, gute Energie, hat es einfach vorbei und ich freue mich. Alles Liebe zu euch. Danke. Vielen Dank, Karin, für deine Zeit, deine tollen, wertvollen Impulse, wie wir unseren Platz finden. Alles Liebe. Dankeschön. Ich freue mich, dass du dabei bist und ihr auch, du auch. Dankeschön.